So Leute, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich benutze Verbände. Wie mache ich das Ganze? Ihr seht, ich habe jetzt 0 von 3. Ich mache das eigentlich ziemlich simpel. Ich habe nämlich vor, jetzt in Kregelgriff zu landen, gehe da zu der Medizin-Tussi, sage ich jetzt mal einfach, hole mir da einfach 3 Medikits, füge mir selber ein bisschen Schaden zu oder wenn die Zone kommt, nehme ich halt dann das Medikits. Also eigentlich ist die Aufgabe ziemlich simpel, würde ich sagen. Wenn ihr es so schnell wie möglich machen wollt, macht es halt wie gesagt in Gruppenkeile, guckt, dass die Zone da ist oder wie halt jetzt hier, ich gehe einfach hin, zack, Achtung, 1, 2, 3. Jetzt habe ich, wenn ihr seht, im Inventar schon 10 Verbände, gehe hin, baue mich ein bisschen hoch, zack. Nur nicht zu hoch, nicht, dass ihr sterbt. Ah, war noch nicht hoch genug. Ach, Gegner ist auch hier. Warum ist hier ein Gegner? Ja, ihr macht es genauso wie wir. Zack. Dann nehmen wir Verband Nummer 1. Dann nehmen wir Verband Nummer 2. Nehmen Verband Nummer 3. Und schwupp, haben wir die Aufgabe erledigt. So einfach könnt ihr halt die 24.000 XP euch mitnehmen. Ist keine schwierige Aufgabe. Aber ich denke mal, dem einen oder anderen konnte ich vielleicht noch weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da. Wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein. EIN provider. Und hierACT rufe.